Auf der Mitgliederversammlung von Norderstedt Marketing e.V. wurden die vergangenen Events resümiert und die bevorstehenden vorgestellt. Marie-Kathrin Weidner, Geschäftsstellenleitung von Norderstedt Marketing, moderierte durch die Veranstaltung. Sie blickte zurück auf die Netzwerktreffen aus dem Jahr 2018. Im Nordport Plaza Hotel in der Senator Lounge, bei der Norderstedter Bank oder bei dem Unternehmen Waldemar Link. Das Highlight bildete jedoch wie jedes Jahr der Abend der Norderstedter Wirtschaft. Als Referent konnte der Hirnforscher Prof. Dr. Spitzer gewonnen werden. Was sind die bevorstehenden Events 2019 und welche Ziele strebt Norderstedt Marketing an? Ob E-Gaming-Event, Fahrrad-Flashmob oder Notinsel-Sommerfest, für jedes Alter ist etwas dabei. Anschließend wurde der Geschäftsführende und der erweiterte Vorstand gewählt. Ich habe heute mitgenommen, dass eben für die Jugend viel getan wird. Ich habe das Thema E-Sports, E-Gaming gehört. Da streiten sich ja die Geister, aber es ist eben ein Thema, was in der Jugend sehr, sehr hoch aufgehängt ist. Und ich glaube, viele unterschätzen, dass dieses E-Sport oder E-Gaming tatsächlich auch körperlich anstrengend ist und geistig. Man muss sich mal ein bisschen damit beschäftigen und ich denke, das wird auch wirklich durchstarten hier. Und da drücke ich auch den Daumen, dass es funktioniert. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.